Was ist denn jetzt hier los eigentlich? Du meinst dem Lasten? Was willst du denn schon wieder wegwurrst? Du Sackbüchel! Mario mit zwei Pen und Nils. Hallo! 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 Das bin ich auch. Die wunderschönsten. Das ist jetzt unsere letzte Folge dieser ersten Session. Was? Ja, die erste Session. Und dann schon vorbei? Ja, dann geben wir die Bugfixes. Ja, aber ich bin doch schon ready. Ja, das muss doch nicht. Und dann könnte man auch schon gucken, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ich knall den Film ab. Als nächstes knall ich mal den Nils. Versuchen wir mich zu treffen. Ja, okay. Komm her. Das Movement ist zu krass. Tut es. Tut es. Hier da. Oh, da schreit wer. Da hat wer geschrien. Wo? Achso, nochmal für alle jetzt. Ich glaube, da hat einer die Treader verloren. Wenn ihr keine Waffen aufheben könnt, Kristall aufheben wieder setzen. Ah. Ahja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Danke. Da hat man den Knustel schon platziert. Ja, ja. Schon oft passiert. Ja, ja. Den sniff ich gerade. Sniff, sniff. Drogenwitz. Sooo. Alle haben gelacht, Mensch. Nein. Oh, was passiert. Hilfe. Hier fliegt eine Nave. Ich habe es nicht geschafft. Boom. Was ist denn da drin? Das ist gerade geflogen. Pain ist der Doorbuster, Alter. Ich bin trotzdem. Pain ist der Doorbuster, Alter. Pain ist der Doorbuster, Alter. Pain ist der Doorbuster. Hi, Pain. Hallo. Pain ist da wirklich drin, aber Kundran war anscheinend. Ich bin von ihm reingekommen. Ich denke, Kunde wird trotzdem durch den Doorbuster von Pain getötet worden sein. Ja, das kann gar nicht sein. Dann ist der wahrscheinlich, äh... Schon wieder so, Pain. Hey. Was hast du gerade gesagt? Items? Oh. Aua. Okay, okay. Alles klar. Ähm. Ich glaube, Items ist Traitor. Mach nochmal. Wie machst du das? Ganz kurz. Ganz kurz. Du kannst auch gerne Traitor sein. Wir wissen, dass die Kommunikation... Da ist schon wieder einer. Kapuze zerquetscht die Leute und der schießt mich. Der hat mich angeschossen, du Kackwurst. Da ist er. Na... Plötzlich kommt Nils. Warte, 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 komm. Warte, ich habe hier Kapuze erschossen. Den habe ich erschossen. Nein. Ja, guck mal hier. Ich habe hier die Diegel habe ich. Und dann habe ich diese Diegel. Bitte. Da hab ich mir nichts getan. Er hat den hier zerquetscht, Nils. Ja, und dann nehme ich die raus. Er hat Maru zerquetscht. Komm, nimm mal alles, ich stürte. Bitte. Kapuze ist weg? Nee. Okay. Jaja, ich habe Schießstand, die beiden Chaoten, ey. Wer ist hier drin? Ist er noch? Ne, Maru ist zurück. Äh, sehr gut. Ach, wenn der geht hoch? Geht nicht hoch, ey. Ja, Kapuze hat ihn zerdrückt. Gib mir die Punkte hier. Okay. Ach, das... Okay, Payne, gib mir mal die Scholli, bitte. Wenn du mich doch schießen willst. Gib mal jetzt. Ich will die näher schießen. Jetzt kommt mein Super Run. Ich komme gleich wieder. Melonen. Ja. Wo seid ihr? Ey. Was ist da? Ja, ich glaube, er war tot. Ja, er war tot und jetzt fehlt wieder der. Oh. Das ist aber gruselig. Na komm, können wir noch Payne. Ja, wohnt mich. Hahaha. Hahahaha. Wirds wieder hell bald. Uh! Er ist gerade aus dem Waffenladen raus. Er ist in der Waffenladen, hinter dem Waffenladen. Kannst du bitte aufhören? Weiß ich hab mich ja... Er müsste wieder im Waffen... Ne, er ist hinten aus dem Waffenladen raus. Ey, wo bist du? Ich seh dich nicht. Hat der Taube in der Hand? Ich bin actually blind. Läubchen? Läubchen. Kannst du überhaupt die Taube benutzen, wenn du nichts siehst? Ähm, gute Frage. Lass uns herausfinden. Ach man, Alter. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Aber wenn ich wüsste, wo Dalu gestorben ist. Dalu, wo ist das? Was ist mit Maxi? Warte. Ist Maxi eigentlich auch? Ist Maxi eigentlich auch? Böse. Storeboard sieht aber auch interessant aus. Also ich muss jetzt darauf... Ja, komm. Ich töte die Leute, die jetzt hier im Gang sind. Auch wenn ich vielleicht den Falschen erwische. Alter, es ist so dunkel. Äh, Donde Estar. Ja, komm. Warte, ich kauf mir... Fuck. Okay, sollen wir uns irgendwo treffen? Ja, wir können uns gerne hier am Anton... Ich seh dich schon. Ich bin hier. Hör, da ist ja noch einer am Leben. Du stehst auf dem Falschen. Das war der Falsche, oder? Ja. Der kommt einfach wieder. Lebt der andere? Maru, lebst du noch? Ja. Das war meine letzte Kugel. Ja. Kapuze. Ja. Der Void kann ja dann theoretisch ganz fix neu connecten, oder? Einfach retryen in die Konsole. Und schafft das die nächste Runde. Ich bin The Breach. Okay, dann Void. Ich bin Void. Mach mal. Ja, ja, sech. Dann ist es dunkel bei mir. Bei mir wär vorher hell gewesen. Okay, Items, würdest du dann ganz kurz retry machen? Dann können wir die Runde ausspielen. Was ein Spielerlebnis. Was? Das ist aber auch hart. Nächstes Mal kommt Trinity Dark, da läuft es die ganze Zeit so. An Halloween. Oh ja. Und für jeden Kind ist dein Bild ein bisschen heller. Aber nur wenn du die richtigen Töne tötest. Sonst wird es schwarz. Wenn du einfach richtig tippst. Mein Kapuze, du. Kommst du mit drauf? Ich kann mal. Doch? Das war ohne dich. Komm jetzt, Payne. Setzen sie sich. Payne, ich fliege. Wo war das denn jetzt dran? Mit der Julie. Hast du dich gesehen? Von wo? Wo ist die Julie? Die Julie fliegt glaube ich nicht mehr. Payne. Payne, Payne, komm wir machen jetzt gute. Payne, ready. Seid ready. Payne. Payne. Woll mal zur Chodia. Fuck, ich kann nicht steuern. Payne. Wo ist die Chodia? Payne. Das fliegt jetzt von selber. Ja, Mann. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Payne, bleib, 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 bleib. Man darf sich nicht bewegen. Keine Ahnung wer da vorne dran ist. Payne, bleib. Payne, bleib. Payne, bleib. Das ist nicht auszuschließen. Bleib wirklich, bleib wirklich. Ich bleib so. Du harte Hode. Hast du das Mau? Bleib da Payne, 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 Payne. In der Zeit code ich weiter. Hä? Moment. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Gehen wir gerade auf, oder nicht? Na klar. Klar. Scheiße. Ich bin hier voll krass am Machen. Hä? Ding, 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 ding. Ich hör auch die Kantine Musik. Ey. Wann kann ich eigentlich? Warte noch. Mein Kristall. Ich kann mein Kristall hier hoch platzieren. Ja, das ist gut. Hallo. Wo kam jetzt die? Disco. Die hab ich geworfen. Disco, ja. Okay. LOL. Was war das? Da hat mich irgendwas erwischt. Aber das war irgendwie so ein Pfeil, oder so? Ein Pfeil? Oh, okay. Amos Pfeil. Ja, Mann. Der ist gar nicht mal den Dienstag da. Der kam aus dem Himmel. Shit. Oh, Kapurzel, du darfst dich nicht bewegen. Okay, okay. Hast du wen umgebracht? Drei schon, oder? Pfeil. Kapurzel, du darfst dich nicht bewegen. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Pfeil. Das ist ja der Hund. Kapurzel, du bewegst dich. Ich muss ja umschauen. Pfeil. Du stehst richtig knapp drauf. Kann ich drücken oder schick? Stimmt. Okay. Pfeil. Oh mein. Pfeil. 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 Pfeil ist auf dem Gun Shop einer, und zwar McFly. Kapuzt. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Pfeil. Mehr nach... Pfeil. Pfeil, du walking boy. Ich will, dass der immer weiter rübermuft. Ich schliebe, ich schliebe. Verräter! Warte, warte, ich sink runter. Ey, ich bin in deinem Team. Nein! Ich würde mir richtig hinterrücks abgestochen, ey. Ach du Scheiße! Nein, 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 nein! Wo ist er? Ich habe mich unsichtbar gemacht, als du reinkamst. Ja, ich habe es gemerkt. Oh nein. Scheiße. Warum muss er unsichtbar sein? Ach, nicht dein Ernst. Was bist du denn für einer? Jawohl! Sehr gut, aber gut. Da kam er einfach in meine Arme geflochen, sich abzulassen. Vor allem, du hängst den fest, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh Mann. Pain, das war richtig nice. Dieses Item können wir rauslegen. Das war so gut. Scheiße, so hell bei mir. Das ist wie Maro. Ich habe mich fast runterbekommen von da oben. Kenne Second Chance mehr, oder? Second Chance gibt es noch. Doch, der hat doch kein Symbol mehr. Wirklich? Ah, dann hätte ich es die ganze Zeit gekauft. Ich kann nicht weg. Wieder bist ja jemand. Oh, Dalo hätte es es sehen müssen. Ich war nach oben in Pain und habe drei Leute... Also ich bin so Dalo... Er hat dich da runtergerollt kaputt. Ja, aber hätte es sehen müssen wie hier der geile Kinder. So. Sandwich hier, oder was? Sandwich. Warum ist es jetzt komplett ruhig geworden? Ja, weil irgendwie immer ein Clockwork gemacht ist. Alle sind gespannt. Ey! Wer schießt hier? Glaubst du, die sind schon extra nach Ramscher-Theorie? Wat? Was macht nochmal der Swift? Pfff. Kledern. Danke. Der Climber. Der Ice Climber. Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Bada 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 bada. Du kannst sich an Echo festhalten. Ich check's immer noch nicht. Ja, glaub ich. Pain, das macht uns noch ein bisschen, oder? Ja. Ja, und wie kann ich mich jetzt... Wie kann ich mich jetzt... Hat irgendwas explodiert? Also nur an der Ledge. Ja, du musst auch schon was erreichen. Tuli, was machst du da? Ich geh zu meinen Melonen, hast du ein Problem? Ich spiel mit ihren Melonen. Ja. Steht an der Tagesordnung. Nee. Nee, nee. Er hat doch gesteuert. Ja, wo du mich schubst. Ja, wo du mich schubst. Ja, wo du mich schubst. Hey! Knapp? Okay, aber war trotzdem knapp. Fand ich nicht so gut. Das lass ich nicht durch. Oh, komm. Dann warte, warte. Ich geb dir noch was, okay? Warte, ich geb dir was. Was willst du? Ja, wenn du jetzt die Shoddy nimmst. Ja, was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du tun? Ja, warte, ich muss den hier kurz töten. Was? Alter! Der wollte mich abschießen. Okay, warte. Warte, hier. Hier! Das ist dein Bloody Night. Hier! Bitteschön, da liegt es. Nee! Items? Ich hau ab jetzt. Mach keine Faxen. Ich muss noch gucken, was ich kauf. Keine Faxen. Mau, Mau, Mau. Ja, was ist denn? Na, Glauben. Okay, sag. Scheiss! Okay. Was da passiert? Nichts. Items wurden erschossen. Aber was sie gerne ist, der von Inno geballert hat. Ekelhaft Items. Ekelhaft. 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 Ja. Blauli. Ah, Pilsen. Blauli? Es scheint nur irgendwas, was hier aussieht wie ein B. Lidl. Baluli. Was war das? Ich war im K. Hey, ne ne ne. Lassen sie das. Wir wissen von nichts. Ja. Hey, Moment. Ihr könnt nicht alle zusammenspielen, weil hier echt viele böse sind gerade. In drei Stück. Ist es leicht? Soll ich pay jetzt? Ja, gut, dann. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab jemanden erschossen. Also, er war was. Er ist wieder gespawnt. Nee, ist er nicht. Hä? Hä? Er ist genau in meinem Gesicht. Hä, was war das? Lol. Hä? Hä? Hex nicht. Maxi, bist du? Okay, Moment. Hä? Der letzte nur kann alle erschießen. Ja, aber dann. Maxi, es sind alle böse. Ja, ich weiß. Alle drei. So leid, das kann ich nicht. Warum, warum glaubst du? Moment, Dalu, wo hast du? Weil ich dich schon einmal gekillt hab, Payne. Deswegen glaube ich nicht. Nein, Dalu hat mich getötet. Nein, ich hab dich getötet. Oh, jetzt muss ich dich töten, Dalu. Ah, scheiße. Kann ich? Kannst du gar nicht. Ich bin so schnell auf dem Map, ja? Wie ne Kugel. Kugel. Hä? Wo bist du? Oh, fuck you. Oh Gott, Dalu. Wo kämpft ihr denn da, ey? Dalu holt die richtig krassen Tricks raus, jetzt schon so früh. Richtig krassen Moose, ey. Ja. Was bin ich nochmal? Achso, ich kann Wände hochklettern. Hier rechts, Nils. Oben, bei der Bar. Aber wenn er da oben ist, dann komm ich da nicht ran. Ach, ich bin Swift. Das dauert noch ein paar Nährchen. Du schaffst das. Auf jeden Fall. Ich hab keine Credits. Okay, Leute. Die Runde kann jetzt was dauern. Achso, Moment. Ich muss X drücken. Hä? Jetzt auch schon wieder. Oh, nö. Irgendwie hat mein Crystal kaputt gemacht. Er ist auf dem Dach des Bahnhofs. Was ist das? Waren im Spielplatz. Okay. Dalu. Jawoll. Dalu funktioniert der Miro nicht gegen den Boomerang? Äh, ne. Er hat ja, ist ja kein, wem soll er den Schaden zurückgeben? Ja, keine Ahnung. Okay, gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich geschossen. Hätte ich das mehr. 2 gegen 1. Nuplay. 3 gegen 1. Hö. Ja, Maru. Ich konnte nichts machen. Maru. Maru. Scharfe Klinge. Scharfe Verstand. Das ist meine Waffe da oben. Das ist meine Waffe da oben. Das ist meine Waffe da oben. Ja, ich mach's wieder gut. Warum alle, irgendwie sind alle Traitor immer vom Verein. Wir sind alle Superhelden. Ich war sogar Indomik. Ja, man muss erst nur sich dran gewöhnen, welches Item gegen was hilft. Zum Beispiel, ich hab Verputz eben nicht erschossen, weil ich dachte, er tötet sich mit einem Boomerang selbst, wenn ich die Boomerang. Ich helfe gegen Einsamkeit. Ich hatte auch mich als Target dann. Das war sehr nice. Hey! 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 Ihr dürft mich nicht töten, das ist vorbei. Mein Gott. Eitel ist bei mir. Wie kann ich den Crystal neu platzieren? Aufheben mit E und dann wieder platzieren. Ich bin der Polizistik. Hast du Berndfallelegen? Ja, wo ist meine Scheiße? Du bist der Berndfallelegen? Ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Der hat auf den Boden gekuckt. Oh meine Scheiße. Was willst du? Ja, eine Berndfalle wäre schon geil. Ich bin auch kein Ziel. Wo ist mein Crystal? Der ist erreicht. Ja, bin ich aber auch nicht. Nils? Haben Sie? Können Sie wegmachen? Nein, ich bin leider Meditate. Okay, okay, Nils. Nils Bils. I've got Nils. I've got the Nils. Keine Ahnung, wo ich mein Ei gelegt hab. Ja. Dann Ei. Ja. Ist schon irgendwer tot? Und jetzt geht's mein Random Tester-Schmuggel, ja? Nein. Oh, sie werden getestet. Passen Sie auf. Shit. Sie werden getestet. Ja, was ist das für eine Musik? Blas ihn mal in das Röhrchen der Kart, ja? Hä? Kundran ist tot? Ja, er kann wieder Sachen nehmen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, wo ist ein Kund dran? Ja, frag doch nicht so blöd. Der hab ich gekillt. Was macht Clockwork? Dann kann ich den entfernen. Ach so. Komm, äh, ja in dein Büro. Das Teil wurde zerstört. Ja, während des Pzappen-Dus da war. Pzappen-Dus da war. Pzappen-Dus da. Hast gelohnt. Ich bin in nun. Da habt ihr's, Leute. Komm zu mir, Payne. Schieß mal, Payne. Schieß mal, Payne. Hörst du das? Hä? Ein einzelner Diegelschuss von Kapuza auf Payne. Ich bin Detective. Das war der Sidekick. Machen Sie mal weg den blöden Kerl da. Okay, das war kackig hierhin. Ja, er ist doch nicht kackig. Ekelhaft. Jawoll, Payne. Payne. Ekelhaft. Guter Mann, ey. Einmal rum. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Und jetzt? Und jetzt? Ich lebe noch items. Sag mal, Juli. Komm rein und ich schieß. Ja. Wer reinkommt, wird das schießen. Nee, nee, nee. Jetzt haben wir ihn raus. Ey, Maxi. Oh, nee. Jetzt gibt's ja an den Kragen. Siehst du das? Ja, Mann. Wir gehen jetzt rein. Ja, schön, dass du mich gekafft hast. Ja, weil du ein kleiner Bösewicht bist. Das ist ein Brechen. Ich könnte eine Hand weggelegt. Hast du meinen Chris-Halk-Ambut gemacht? Ich würde nie deinen Chris-Halk-Ambut machen können. Warte mal, als ist der Hinweis, war Chris-Halk-Ambut gegangen? Nein, ich war doch schon gar nicht hier hin. Ich war die ganze Zeit auf dem Spielplatz. Stop resisting. Stop resisting. Ey, was ist hier? Was ist hier? Da? Nein, du hast doch den hier. Nein, ich hab auf dich geschossen. Was wird jetzt hier los eigentlich? Ich hab dich gekillt. Du Mörder. Hier. Und jetzt. Er hat die Beinebärenfalle gelegt. Deswegen hat er auch noch eine Beinebärenfalle geschlagen. Er hat auch noch eine Beinebärenfalle geschlagen. Er hat die Beinebärenfalle geschlagen. Er wurde ein Verbrechendes Hand weggelegt. Wieder mal, ne? War eh klar. So, hier. Und jetzt holen wir den Lin. Das ist Judy übrigens, ne? Will er mich... Ne, die tut ich für mich. Oh, was ist die? Ich war nicht aus der Q. Es ist Items, okay. Maru, es ist... Der Totemzerstörer, der Items, ey. Ich bin kein Totemzerstörer. Oh, was hab ich denn da? Handcups, cool. Habe ich denn? Mir ist gerade eingefallen. Ich bin voll schlecht in dem Game. Ähm. Maru, wo bist du? Die Information braucht tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ja. Du bist gehandcapt? Nicht bewegen. Nein, du bist jetzt gehandcapt oder nicht? Hallo. Ich bin Katze. Tschüss. Kann ich? Wo ist meine Waffe? Ja, wo ist meine Waffe? Ja, wo ist meine Waffe in die Hand? Ja, kann ich ja nicht, weil der Omerang immer dazwischen ist. Weil der Omerang immer dazwischen ist. Wenn ich die Waffe wechsle übers Mausrad, ist sie weg. Dann habe ich den Omerang kaputt. Ich konnte nur zusehen, wie ich mich abgasse. Ich wollte ein kleines Spielchen mit dir spielen. Ist sie schon dann weg gewesen oder hast du sie nur nicht auf Slot 2? Sie waren nur nicht auf Slot 2. Ich habe sie auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen können. Sie ist auf Slot 3. Was warst du für eine klasse Kapuze? Ja, Slot 2, Slot 3. Was du für eine Klasse warst, weil du keinen Schaden genommen hast. Ich habe Schaden genommen. Warum hast du... Keine Ahnung. Warst du bei mir noch auf 100% nachdem ich das... Aber ich war ja... Ich bin das... Geil, das hat mich ja gekillt. Ja. Also Schaden habe ich ja genommen. Du kuckst, oder ich bin auch irgendwie... Neee. St. Meine. Heyyyy. Dich werde ich töten. Versuch's mal. Ich bin nämlich ein Superheld. Nicht für lange Kapuze. Lohr. Nicht für lange. Scheiße, werde ich noch links... Hast du gerade die Schaden? Wer war ein Eider? Stell dir gerade. Die ist gerade... Sie hat nicht geschossen! Gut, ran! Ja, alte... Also ich habe keinen... Hallo. ich habe nur den shotgun schuss gehört wir haben nur den shotgun schuss gehört ich habe einfach nur den shotgun schuss gehört auf der straße hier vom spielplatz das muss so gewesen sein vom winkel her also warte mal das mit der hand hat hinter welchem haus hinter welchem haus ich habe sie keinen namen bei der person hinter dem haus hinterm haus doch mit weiß gestorben hinterm haus das ist kein haus das ist spielplatz ist böse ja warum ist man identifiziert moment ich bin doch so doof ja ja das wird ziemlich einstimmig da nun nicht wehtun nicht nicht natürlich das war doch die perfekte kurze frage was macht ihr die perfekte möglichkeit zu schießen kopiert den schaden sozusagen warum ist es dann dunkel geworden als ich das gemacht habe weil der void seine fähigkeit auch benutzen kann hast du void nein aber vielleicht wer andere ich war void ich habe es angemacht gehabt das problem ist dass manchmal namen nicht richtig angezeigt werden muss er auch nicht zusammenhängen bloske tschau tschau